Ja, Mahlzeit meine Freunde. Heute ist der Tag der Wahrheit. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, hier meinen T4 95er Baujahr zu überbrücken. Ich lasse jetzt erstmal die alte Batterie drin. Ich habe hier den besten Bremsenreiniger der Welt. Ich habe schon den Ansaug leicht geöffnet, dass ich da also Bremsenreiniger reinsprühen kann. Kabel hängen hier. Leider bin ich im Moment alleine. Das ist mein Problem. Da unten habe ich schon vorher gesehen, dass ein kleiner Schlauch ab war, der gelbe, an ein T-Stück. Da führte das Stückchen Schlauch komplett. Ja, das habe ich jetzt einfach schon mal gemacht. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Vielleicht kann mir da ja mal einer was zu sagen, die das Auto noch nicht kennen. Das ist ein Eiswagen. 95er Baujahr. T4 mit 1,9 Diesel. Was haben die noch? Keine Ahnung. A, B, B oder irgendwie sowas meine ich. Aber diese Feinheiten hatte ich schon mal in einem anderen Video aufgeschrieben. Vor ein paar Wochen. Im Herbst habe ich hier schon mal alles freigeschlagen gehabt, weil der war bis oben hin zugewachsen. Ihr seht ja, moderig ist er ohne Ende. Aber ich habe Platz und das Wetter wird jetzt wieder besser. Und da habe ich mir gesagt, nun musst du dran. Vielleicht kriege ich ja nochmal eine Kugel Eis für 60 Cent. Leute, 60 Cent die Kugel. Da wisst ihr, wie lange das Ding hier schon steht. Seit, ich glaube, 2010 war das. Aber wie gesagt, nochmal für die Leute, die ihn nicht kennen. Es ist alles drin. Eine Truhe, eine Spüle mit Halter da unten. Hier für den Portionierer zum Spülen. Hier kommt der Sahne, nicht der Sahnenständer, der Waffelständer drauf. Ja, hier habe ich schon so meine Teile drin, um nachher ein bisschen dran zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich stelle euch jetzt irgendwie da vorne ab und dann versuche ich euch dran teilhaben zu lassen, wie das Ding gleich anspringt. Und ich freue mich schon drauf. Spezialitäten, Eisspezialitäten. Bis gleich. So, ich schließe jetzt mal die Batterien an. Und dann versuchen wir unser Glück hier. Zehn Jahre ohne Saft. Aber eine neue Batterie, eine gute Solarbatterie, soll genug Kraft haben. Nein, ach Gott, was soll ich denn jetzt hier für ein Wurstel? Da hinten dran. Da hinten dran. Alter, man muss sie gucken. Ja, die Batterie ist auch uralt hier. Also Mutzmäuschen tot. Ich versuche es aber trotzdem. Hat ja gerade bei dem Passat auch funktioniert. Und jetzt, wenn ich eine Seite räumen musste, um dran zu kommen. So, hat die Riesel angeklemmt. Ja, garam, da soll ich schon. Bremsenreiniger. Etwas Bremsenreiniger. In den Luftfilter, in den Ansaug. Schlüssel steckt. Da fehlt ein bisschen Kontakt irgendwo. Jetzt frag mich nur nicht wo. Machen wir es mal so. Der ist auch feste. Ah ja, jetzt knistert hier ein bisschen was. Das hört sich gut an. Wenn es knistert, ist es immer gut. So. Ohne vorher neuen Wiesel reinzumachen. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Dass das zu schwach ist, trotz der 100er Batterie. Jetzt fahre ich mein Auto mal davor. Und werde es über laufenden, mit laufenden Motor nochmal versuchen. Wichtig ist mir, der Motor dreht sich. Das ist schon mal geil. Bis gleich. So, jetzt habe ich mein Pkw daneben gestellt. Er überbrückt. Die gute Start-up-Batterie darf jetzt da meine Ruhe stehen bleiben. Und ich versuche es nochmal. Und ich versuche es nochmal. Ok, die Batterie scheint wohl sehr, sehr tot zu sein. Die Kabel werden schon warm, muss nicht sein. Lass ihn jetzt einfach mal über 10 Minuten mit meinem dranhängen, laufen und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So liebe Leute, es sind 6-7 Minuten rum und ich werde mich noch einmal versuchen. Und ab durch den Sumpf hier, diese scheiße Mutter. Ne, das bringt mal nichts. Aber ein Kollege ist gerade gekommen und der hat mir gesagt, er hätte so einen Power Starter und den testen wir jetzt gleich mal. Bis gleich mal. So, jetzt gehts weiter. Mein Freund Thomas hat so ein Powergerät hier. Da wollen wir mal schauen. Thomas. Das ist ein geiler Schlüpfer. Ja, da ist noch ein bisschen Kontakt. Da ist noch ein bisschen Kontakt. Ja. Jetzt kommt noch ein bisschen Kontakt. So, da ist noch weniger, da muss ich glaube ich immer die Batterie weg sein, also wen tut das nicht. Noch einmal versuchen, oder? Ja, doch. Ja? Wenn dran ist, sag, okay. Ja, ja, ja. Also vorn hin, vorn hin, vorn hin, vorn hin, fertig, raus, fertig. So, macht da weniger als, wenig, kriegt da noch weniger als wie mein Ding. Pause, Leute, es geht gleich weiter, ich weiß noch nicht wann. So, es geht weiter, ich habe jetzt also meine neue Batterie eingebaut und jetzt versuchen wir es mal damit, ohne zu überbrücken. Jetzt sind beide Jungs weg, meine Kumpelin. So, wieder Bremsenreiniger da rein, vorglühen und starken. Vorglühen, riechen tut das aber gut. Oh, oh. Der hört sich aber nagelig an. Habt ihr was gehört? Ich glaube es einfach nicht. Elf Jahre, elf Jahre, sei nur. Elf Jahre Stammzeit und die Karre zittert. Ich liebe die Autos. Vorglühen. Boah, wieso nagelt der so? Ist der Anlass da? Bullshit. Aber er bewegt sich, er dreht sich. Robert, was ist das? Er bewegt sich und dreht sich. Jetzt werde ich noch einmal überbrücken mit meinem Auto und dann hoffen wir, dass es klappt. Drückt mir die Daumen. So, jetzt versuche ich das nochmal mit meinem Auto zu erbrücken. Mal schauen. Und nochmal Bremsenreiniger da rein. Vorglühen. Das war mit Bremsenreiniger. Der Blickstart. Prost. Drückt. Das war mit der Windkraft. Drückt. 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 Lückt. Drückt. Jetzt mache ich erstmal frischen Diesel da rein Und dann schauen wir weiter Bis dann mal, ciao Ja, jetzt habt ihr das Beste verpasst Batterie rein, kurz überbrückt Frischen Diesel rein Nach zweier Bremsen rein hier Freisch Schobern Und jetzt wird der Zucker Und jetzt wird der Zucker So, jetzt nehmen wir vielleicht noch einmal kurz an die Hand Und dann soll es das hier auch erstmal gewesen sein Ihr hört und seht Er tuckert Bis jetzt Aber er nimmt kein Gas an Das werde ich jetzt eben nochmal checken Zehn Liter frischen Diesel habe ich reingepackt Hier brauche ich jetzt noch gar nicht mehr hinzugehen Jetzt ist er aus, er qualmt also auch gar nicht Alles gut Ich wünsche euch was Und die nächsten Videos folgen Bis dann, tschüss